Ernsthaft? Hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren Runde RealM Royale Beta hier auf meinem Kanal, ob Glück oder Können Win ist Win abonniert meinen Kanal like die Videos schreibt das in die Kommentare und wichtiger abonniert aktiviert die, das werde ich mir nie merken ich versuche es schon in mehreren Videos aktiviert die Glocke und keins dieser hochwertigen und genial kommentierten Videos zu verpassen Real Talk ich gebe mir Mühe ich gebe mir Mühe, ich mache es erst seit ein paar Monaten und leider möchte ich Videos machen, das bedeutet Aufnahmen drücken, zocken und wenn es scheiße ist wird es hochgeladen und wenn es gut ist wird es hochgeladen weil ich einfach damit euch unterhalten will und einfach auch zeigen will Gaming muss nicht unbedingt man muss nicht immer Bro sein, man muss einfach nur Spaß annehmen gesagt an der Aktion haben und nicht aber ich bin Bro und lad mir Bro Videos hoch für mich ist das Real Gaming also wirklich echtes Gaming weil ich lege es nicht stundenlop an um einen guten Lauf zu machen und ich hoffe, dass das irgendwann mehr Leute wertschätzen als meine 5 Abonnenten aber ich mache weiter und ich gebe nicht auf noch nicht bis jetzt noch nicht ich labere scheiß amlautende Band und das in der Aufnahme und ich kann es nicht rückgängig machen wenn ich mit mir okay, wir gucken wie es läuft ob wir tausendmal wieder hier rein müssen um ein Video voll zu kriegen oder scheiße ich glaube wir müssen gleich wieder rein wenn ich jemanden schon in der Nähe höre oh yeah okay ich habe mehr Angst gehabt als ich brauchte ne, ist das jemand ach komm schon ach komm schon ich drehe mich nach rechts und er dreht nach gerade ab oh man das ist wirklich so eine Runde die ich nicht mag ich stand am Fenster und er hat mich durchs Fenster erschossen okay also ja wir gehen wieder raus gehen wieder rein haben eine 2-3 minuten gewartezeit dieses Video mag ich nicht wenn es so lange dauert bis ich dahin kommen wo ich hin will ah okay tut mir leid ich bin leider extrem mies ja also eben war die Einwahrheit zu boah die Einwahrzeit ist ja jetzt richtig gut okay dann haben wir nur 1,5 bis 2 minuten Wartezeit im Schiff beziehungsweise im Zeppelin Schiff es ist ein Schiff aber es segelt in der Luft mit einem riesigen Zeppelin ein Luftschiff ey das ist ein echtes echtes Luftschiff verdammt nochmal okay also das gefiel mir jetzt nicht also wenn ich jetzt wieder nach einer Minute sterbe oh mein Gott das ist wieder eins der Videos die ich nicht mag aber hey ich lade jedes Video hoch wie ich am Anfang des Videos gesagt habe reine Unterhaltung und das ist wirklich reine Unterhaltung wirklich nur reine, reine, reine Unterhaltung reiner Unterhaltung hallo guck mal ich stehe auf RealM Royale man ich kann es jetzt gar nicht mehr aussprechen RealM Royale ich weiß nicht ob man das M extra betont oder RealM RealM Royale ich hab keine Ahnung und hier ist das Luftschiff guck doch dieses wunderschöne Luftschiff an wunderschön guck doch mal wie schön das ist meine Güte das ist ja so schön ich will gar nicht aussteigen ich bleibe einfach mal da drin ich will nicht aussteigen ich bleibe drin ja gehen wir ein bisschen weiter nach hinten so ins Tal und dann zurück dann haben wir ein bisschen Zeit zum Überleben wenn nicht jeder dieselbe Taktik hat wie ich nicht denke aber ja so Tal das Tal ist da das Tal ist so im Schnee ja doch da das ist das Tal also okay ich labere so viel Scheiße aber das ist mal um Scheiß meine Güte labere ich Scheiße aber die vom Alter müsst ihr auch mir verzeihen ich bin 37 oder doch nicht 37 aber bald 37 in ein paar Tagen und in meinem Alter labert man Scheiß am laufenden Mann weil wenn ich weiß ich hab schon wieder Pferd nein das wird wieder eine Sekundenrunde eine Schmiede nein Entschuldigung ach man das wird wieder schon so eine minimale Runde aber sowas nämlich öfter ist nicht witzig jesus nein nein was lalalalalala warum versteckt er sich genau da das gibt's nicht also wenn ihr das Video seht was da das Video seht sieht was da voraus kam das war sowas wie ich's liebe schön volle knappe 14 Minuten 8 Kills seht ihr das Video denkt ihr oh jesus warum guck ich das guck das bitte bis zum Ende an wir wissen nie was passiert ey das gibt's doch nicht man da schon wieder rein da schon wieder raus meine Güte ich hab schon die Taktik zu sagen ich springe am Rand von dem Gebiet ab von dem Kreis ab weil ich dann ein bisschen außerhalb bin und rein kann aber die denken halt ganz genauso das ist aber nicht witzig Alter ach man jetzt bin ich wirklich ein bisschen müde das Video war so cool das ist so doof auch Kinder ehrlich ich bin alt ich bin ein Meermaul ich liebe Pizza Schnitzel Döner Lachmanjou ich liebe so viel Nudeln mit verschiedenen Soßen Reis mit Soße und ein bisschen Gemüse Salate Jägerschnitzel mit Pommes so rum sagt man das Jägerschnitzel mit Pommes Jägerschnitzel mit Pommes Jägerschnitzel mit Pommes Metal Royale ist einfach das Problem wenn du nicht gut bist du stirbst und du bist raus du hast ne längere Wartezeit als ne Gameplayzeit das ist ein bisschen krankhaft aber hey ich bin immer dafür da dafür bin ich da dafür werde ich auch noch bekannt wenn es auch nur ein schlechtester YouTuber Deutschlands ist aber hey aber hey irgendeiner muss ja den Titel tragen nehm ich doch gern ich hab aber das gemacht boah was ist das denn für ein Bug ich sag nicht wie das aussieht ich sag nicht wie das für mich aussieht hallo RealM Royale ich bin Jäger und du bist RealM Royale hallo ich sag RealM zu dir ist das ok nein ok dann sag ich Royale ja ok ok ich nenne dich Bata ja Bata ok also ich nenne dich Bata Autos pssst ok Taktik für Arsch wenn ich so mache wie immer macht ja jeder ähm boah wir suchen jetzt mal eine ganz andere Taktik haha ich überlege das ist das Problem ich bin nicht so schnell damit ähm scheiße pff ja ja also ganz hinten im Bus und immer als letzter raus ne ganz hinten im Bus wie war das bei Riddick du sitzt ganz hinten im Bus und er wollte da auch sein ich weiß nicht das war nicht so ok ok genau ich hab die Bus nicht mehr gesehen Problem ist jetzt hab ich schon wieder das ist ja wieder dieselbe Blöde Mann das wird wieder ne 20 Sekunden Runde das gibt's doch nicht ist der jetzt bei äh ha 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 Entschuldigung ich kann mich nicht mal mehr ausdrücken ja ich halte mich für eine riesige Picke kann mir doch meine Körperfülle erklären schnell ich brauch ne Druhe ja ich hab ne Druhe ich hab ne Druhe ich hab ne Druhe äh äh unter Handfeuerwaffe ja und wenn sie in echt sind oder genau ich hätte damals eine Faust Feuer der boah ich muss halt so rückwinden ok jetzt hab ich noch mein Pferd also alles cool vielleicht eben jetzt nur rund ah gut also wenn ich jetzt äh fünf Minuten noch ein Stück überlebe sieht alles gut aus ich meine für die Länge des Videos nicht für mein Kön äh so doof ja aber schon wieder ein Salbengewehr ich mag kein ist das ein Salbengewehr? nein das ist ein ja äh also nein es ist kein ja aber ich glaub ich hab ein Sturmgewehr ja ich hab doch was gehört gerade oder? hab ich alles geblündert und es tut mir leid wenn ich so laut atme ich müsste mal Sport treiben aber das ist wieder ein anderes ganz anderes Thema ich versuche jetzt nicht zu atmen funktioniert nicht lang ok ich würde sagen ich halb nicht nach 2-3 Minuten eigentlich von irgendwas fern und suche keinen Ärger dann habe ich jetzt ein ein bisschen länger gehendes Video scheiße soviel zu dem Thema ich suche doch den Ärger nein man wie schlecht man sich hier auf der Karte bewegen kann wie schlecht man sich hier auf der Karte bewegen kann Alter was der Hölle hat denn die hat die Panzer rum? boah Alter wie schlecht schießt man eigentlich mit der MP? meine Güte okay wir haben einen Kill heißt das wir sind gut? oder wir hatten Glück? wir hatten Glück wir hatten Glück wir hatten Glück eine Schmiede ist das lustig eine Schmiede ist das schön und jetzt holen wir uns noch was Schönes wenn wir uns noch eine Rune machen können wir können wir können wir uns doch mal ganz schnell bei unserem Glück kommt jetzt ein Gegner hier rein und der knallt uns einfach ab sorry ich habe eine ganz 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 miese Stimme auch als Gesangsstimme ist nicht zu gebrauchen meine Tränke 7 5 4 3 2 1 0 Yo man oh hier ist eine Kiste was habe ich denn da? gar nichts okay also nicht das Gute dass ich da gar nichts habe sondern ich habe jetzt was da wir haben eigentlich eine gute Zone hier ein Pferd ich weiß noch nicht von wo ich habe doch ein Pferd gehört und bin nicht taub egal Video Länge ist top endlich wie oft bin ich gestorben zweimal dritte Mal läuft es scheiße ach Kinder ehrlich ich habe hier doch ein Pferd gehört ich habe hier doch ein Pferd gehört das geht ja gar nicht das geht ja gar nicht das geht ja gar nicht jetzt gibt es doch nicht haut ab wie kann das beim laufen ist das geil ja das geht ja ja Was hat denn der da? Das habe ich noch gar nicht gesehen. What the fuck? Oh, das ist ja eine MG. Oh cool, das ist die von Victor. Guckt mal. Das ist die von Victor. Oh, ist das Ding nice. Ist das Ding nice ey, das ist die Knarre von Victor. Das ist die Knarre von Victor. Ist das nice. Was? Ich wusste gar nicht, dass der ein MG hat. Aber auf jeden Fall ist das das Emblem von Victor. Was hat denn ein MG bei Victor Paladins? Aber gut, ich laber. Schmiede, 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 Schmiede ist da. Schmiede ist da. Schmiede ist da. Schmiede. Haben wir die Zeit zum Schmieden? Ja, klar. Ich kann noch einen sagen, äh, hell. Ich würde sagen, Bewegungsfähigkeit. Und... Klasse. Und das war's für Königstrahle. Alter, ist das geil, ey. Boah, ne, eine goldene. Oh, oh. Boah, was hat der für eine Waffe? Ach, zur Hölle hat er. Naja, gut, es endete das Video. Zeit ist gut und... Drei Kills. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hier, ok. Ja, äh, der Besserer hat gewonnen. Ähm, hiermit sage ich Danke fürs Zusehen, ich hoffe ihr habt das Video bis zum Ende Guckt, es war ja im Endlog Gar nicht mal so scheiße mehr, also ich meine Es war am Ende gut, der kriegt meine Sachen Die Piepserin, ey Ähm What the Beepadiden, ey Oder eher Alter Falter Ich kriege gerade meinen Mund nicht zu Nein, also danke fürs Zusehen, ähm Wie gesagt, schaut auf meinen Kanal vorbei Ob Glück oder Können, wenn es will Abonniert mich und alles andere wie gehabt Danke Ihr seid die Geiz, ich bin raus